ja natürlich du weißt eh wie ich auch sehe und wir haben das eh schon mal gesagt ich sehe aber nicht aus wie so ein zappen ja du meinst wie ein zäpfchen vielleicht ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Titel-Dings. Ja. Okay. Ha! 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 Oh. Oh, Gott dammit. Ah, Gott dammit. Oh! Warte mal. Aha, interessante Sache sehe ich gerade eben da. So, los geht's. Okay, geh auf den Knopf, geh auf den Knopf. Auf den Knopf jetzt. Bleib auf den Knopf. Nein, ich töte dich. Nein. Sie, 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 warte mal, warte mal, ich komme zu dir hin, weil nämlich... Den Würfel rette ich dich, tue dich. So, jetzt können wir nämlich... So, warte mal. Das müsste ich... Ja, genau was ich haben wollte. So. So. Stirb, Robert. Stirb, 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 stirb. Oh, Gott dammit. So, ich, so. Ich gehe lieber, ja. Sicherheitshaber. So. Wieder. So. Dann nehme ich jetzt. Ah. 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 Und wir haben nur vier Minuten dafür gebraucht. Nice. Stimmt, Orange. Das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen. Was? Blue, möchtest du etwas sagen? Ja, möchte ich. Okay. Hm. Ah. Ja. Du müsstest die Portale jetzt da machen, aber ich müsste dann durchgehen. Ich glaube auch. Ah, nee, 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 nee. Richtig Blue. Oh. Hört dich nicht. Kann ich, kann ich, kann ich. Warte mal nicht. Ich muss mal nachdenken, wenn du hoch. Das zu sagen war sicher nicht leicht. Warte mal Theoret. Warte mal. Ich dann da reingebe, dann ist... Oh, ja, 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 ja. Geh durch dein Portal. Geh durch dein Portal. Geh durch dein Portal. Also das Gelbe. Und dann? Jetzt. Jetzt. Jetzt komm zu mir rüber. Komm zu mir rüber auf das andere. Ja, 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 ja. Easy. Easy, oder? Hab schon wieder nichts gemacht, aber okay. Ne, doch, doch. Aber irgendwie witzig. Das erste haben wir so eine halbe Stunde gebraucht. Und dann? Und dann die anderen zwei innerhalb von zwei Minuten. Ich fand das von gestern noch viel schlimmer. Wir hatten da echt so geparkt, 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 halbe Stunde, geparkt, 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 geparkt. Ja, so eine halbe Stunde nur gefragt. Wie machen wir das? Und dann? Wir müssen gegeneinander anstoßen. Ja, ja, genau. Zum Beispiel. Das war gegenseitig. Ah. Was ich auch versuche auf die M2 oder zu zerstören. Testen wir weiter. Ah, okay. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Nein. Äh, was ist das für ein Bub? Da. Und da, glaube ich. Patsch, spring mal runter. Ich bin auf der anderen Seite. Okay. Ja. Ja, ich weiß, du warst das Blue. Tu mich so stolz. Ich habe nichts gemacht. Der hat Selbstmord begangen. Nee, kann man sich nicht entzünden. Wir müssen irgendwie hier rüber kommen. Mit dem Stahl hier. Aber das ist das kleine Problem. Wir können das nicht irgendwie. Okay. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen wieder mal eine halbe Stunde. Wir müssen das in der Hand machen. Äh, das wird wieder so. Äh. Bleib weiterhin auf den Ding. Nein, 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 nein. Auf den Knopf, auf den Kopf. Bleib auf den verdammten Knopf. Bleib auf den Knopf. Ne, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du, geh mal durch, du mal, äh, zur Sprungfeder da hingehen. Ich will mal was probieren. Hä, wo hingehen? Zu der Sprungfeder da vorne. Auf deiner Seite. Zu dieser Sprungfeder. Ja, nein. Ich freu mich. Ja. Geh einfach auf die Sprungfeder. Ich will was versuchen. Ah, ich flieg durch. Ja. Ah. Und? Ja, ich bin raus. Du kannst bleiben. Tschüss. Warte mal. Warte mal. Ich probier mal was. Ich probier mal was. Ja, so geht's. Nein. So geht's. Aber ich kann's mal. Ich kann's mal. Ich kann's mal. Obgehoben. Ja, okay. Ja, okay. Geschafft. Ja. Geschafft. Nicey, dicey, licey. Ja, ich lieb mein Roman. Ich lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Oh, meine Fresse. Was? Singapier hat er nicht durchgezogen? Nein. Wie ich hab's dir schon einmal erzählt. Ich hab ein Let's Play mir angeschaut. Oh. Aber der Grenze ist Ende. Ja. Also mit dem Ende. Warte mal, mach du hier ein Portal. Ja. Und dann? Hier eins. Wohin? Hallo. Ja, ich will. Mach jetzt nichts an. Ich müsste jetzt durchfallen. Äh. Du bist durchgefallen. Nein. Warte mal, du müsstest. Ah. Aha. Ich weiß jetzt wie. Ich weiß jetzt wie. Es stimmt, ich muss jetzt Game Boy spielen. aber jetzt kann das spiel nämlich beginnen so ok schießt so schießt da ein portal manchen aber hier noch nicht noch nicht ich sag dir zwar in 3 3 2 1 los ok war ja darum da oben da um ok und los ja 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 das sollte das sollte ich gerade machen ich bin über der game ball also ich bin der game aus sicher wechsel jetzt nein deswegen deswegen hast du ja jetzt aber war der warte 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 ja 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 jetzt kannst du hoch 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 so jetzt schießen 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 weil nämlich jetzt kannst du dich raus jetzt kannst du dich raus ich sehe ich sehe ich da kann sein nein 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 ja ich bin mit dem toten mit der leiche ja wir müssen macht ihr hier im portal und ich mache ja das reicht wieso versuchen wir es mal doch kurz reich brauchen würfel ich komme mit dem weg macht das noch mal herzlichen glückwunsch zum abschluss der standard strecke standard eine geste ohne mich ist eine geste ohne dich wir müssen das e-werk am ende dieser strecke finden ok die menschen müssen es versehentlich von sicher nur ein verwaltungsfehler ja weil turrets ja ok warte mal warte mal das rote unter hier wird er oft ich hasse dich ja oder wir hätten ein portal dorthin geben können ja ah mein gott ja müssten wir aber wir haben ich schreck jetzt mit absich orange ja ah ja ja ok 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 tu ist das rote wieder was hast du gesagt du tust 1 von deinen hergeben ok darauf darauf ein portal auf das weiße feld da machen weil nehme ich jetzt müssen wir hoch ja 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 am arsch er schießt er schießt das war runter springen mussten sich katapultieren nein da und gibt es keine weiße fläche aber hier gibt es eine ja ja auch nicht obwohl warte mal doch 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 hier 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 kannst du da das gelbe hingeben weil nämlich wir können uns nämlich jetzt in das in den daher ja hinspringen dadurch aber jetzt kommen wir zum richtig geilen teil was gibt es schon na wir brauchen wieder das hier also okay und jetzt wir können ja das so dass wir auch von hier wieder so okay warte 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 bevor nein 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 sie ist sie ist okay gott so jetzt okay ein schutzschild haben wir aber Nein, dort, trotzdem, trotzdem. Da hier das Rote dann. Trotzdem. So. Komm. Wir sind nämlich jetzt geschützt. Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Okay. Nichts machen jetzt, nicht schießen, nicht schießen. Äh, warte mal. Ah, hier, warte mal, warte mal. Äh, hier, hier das Gelbe machen jetzt. Hier das Gelbe. Ai, 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 ai. Nein, das geht leider nicht. Nein, geht nicht, nee, jetzt nur Platz für eins, ja, genau. Scheiße, wie machen wir das? Vielleicht hier? Und hier? nein das ist geschützt leider auch wenn ein ticke was wir vorstellen die tut sich selbst zu bringen okay jetzt können wir jetzt können wir runter okay ja 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 ich lebe jetzt aus dcd suchen weißt du was passiert was hast du gesagt klar das wird uns töten ich kann alles sehen gut es ist nichts passiert ja ja und sie hat den zahnzapfen getötet danke fürs zuschauen wenn ihr wollt könnt ihr ein like ein abo oder vielleicht sogar einen kommentar lassen bis zum nächsten mal euer der man deswegen deswegen habe ich nichts gesagt weil ich gedacht habe du wirst so schlau aber nein kevin muss die ein kevin sein